Ich habe nur ein kleines, kurzes Gedicht für euch und ich hoffe, es spricht euch an. Ein Mensch wühlt im Müll nach was Essbarem. Ein Mensch erfriert mitten auf der Straße. Ein Mensch tötet sich und seine Familie. Ein Mensch nimmt Heroin, spritzt sich tot. Und die Welt schaut zu. Jeden Tag sterben Kinder. Sie werden geschlagen, misshandelt, vergewaltigt, zu Tode geprügelt und gequält. Und die Welt schaut zu. Tiere werden bei lebendigem Leibe aufgeschlitzt. Tiere müssen bei Versuchszwecken Stille halten. Tiere wärmen einer Lady den Hals. Tiere werden gejagt und gefoltert. Und die Welt schaut zu. Attentat auf Amerika, Attentat auf London, Attentat auf Ägypten. Unschuldige Menschen verlieren ihr einziges Leben. Andere werden zum Krüppel gemacht. Juhu, die neue Form des Krieges ist da. Haltet euch nicht damit auf, kleine Hascher zu bestrafen, sondern kümmert euch, dass Gerechtigkeit und Frieden auf unserer Welt herrscht. Danke.